Ah, ich verstehe. Was ist das jetzt hier? Was ist das hier in der Mitte? Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, aber irgendwo ist hier richtig was am Start. Ah, wahrscheinlich über uns. Ich könnte jetzt natürlich, wenn die mich hier unten nicht treffen... Wäre ja extrem cool, wenn die sich da oben jetzt abballern würden. Aber ich glaube, so viel Glück habe ich nicht. Ja, aber das funktioniert. Okay, super. Machen wir das nochmal. Das funktioniert. Sehr gut. Das war jetzt ein bisschen feige, aber ehrlich gesagt... Warum sollen wir es nicht nutzen? So, keine Ahnung. Ich sehe leider jetzt... ...keine mehr. Ich glaube, wir müssen doch da hoch. Das nützt leider nichts. Ach, schade. Hätte ja auch klappen können. Egal. Ach, natürlich. Wow, okay. Hier ist ja richtig was los. So, wir räumen erstmal hier mit dem Kackerdämon auf. Damit der uns nicht behelligt. Ach, du lieber Gott. Hier ist ja richtig was am Start. So, oh. Hallo, Mr. Revenant. Auch mal nach hinten gucken. Okay, ich sollte nicht stehenbleiben. Das war gerade ein Fehler. Aber wir haben immerhin noch einen Kniekracher gemacht. Okay, irgendwas Großes ist da, glaube ich, gespawnt. Gerade die Musik verrät es. Ja, froh, das geht eigentlich noch. Huah! Okay. Da zielt irgendjemand Böses ab da oben. Okay, nicht stehenbleiben. Ich traue mich hier nur nicht so viel zu springen. Weil ich wieder Angst habe, dass ich irgendwo runterfalle. Huah! Oh, Alter, hier ist ja... Alter, ich verliere hier gerade den Überblick. So, vielleicht sollte ich doch hier mal mit der Schrotflinte arbeiten. Ich kann mal ein bisschen aufräumen. So. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so schlecht. So. Dankeschön. So. Dann du da hinten. Zack. So. Du gehst mir eh auf den Sack. Ich versuche mich mal gerade ein bisschen zu konzentrieren. Sorry, wenn ich jetzt nicht so viel sage. So was ist immer schwierig, gleichzeitig zu reden. Oh, das ist sehr gut. Das kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Hier war gerade noch einer. Dann die Zeit läuft ab. Gleich wird es wieder langsamer. Mal gerade die Klammeräffchen hier entfernen. Glattläuse. So, tschüss. Mache ich jetzt alles mal mit der Superschrotflinte. Die ist dafür eigentlich ganz gut geeignet hier. Weil ein Schuss und weg. So, Klammeräffchen. Ah, wenig Munizierung. Das war es jetzt gleich schon. Seitdem lassen wir noch ein bisschen fallen. Aber, ne. Leider nicht. Aber damit geht es auch einigermaßen. Toll, hier ist irgendwo noch ein Pinky am rumrennen. Ich höre ihn doch. Da ist er doch. So, und tschüss. Alter, die der Wirbelsäule, was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Krass. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen hier. Es gibt auch noch so ein paar Versteckte, glaube ich. Die ich noch nicht so gesehen habe. Bin ich gut. Ah, du lebst auch noch. Dann guck doch mal da. Ah, für die habe ich natürlich auch noch ein bisschen was. Warte mal. Nicht für die, sondern... Wo habe ich sie denn? Achte auf der 3. Genau. Können wir hier noch ein bisschen mit aufräumen. Die streut ein bisschen mehr. Ich glaube, die streuen ist vielleicht das falsche Wort, sondern da kann ich ein bisschen mehr austeilen. So, dann mal gerade hier. Uah. Was war denn das? Oh. Der ist schon weg. Da ist nochmal vierfach Schaden, glaube ich. Brauche ich aber gerade nicht. Für dich vielleicht, ne? Weiß aber nicht, ob das jetzt Verschwendung ist. Ah. Okay. Ja. Egal. Ist nicht schlimm. Dafür hat es jetzt nochmal... Für den Endspurt hat es sich jetzt nochmal gelohnt. Das war okay. Ganz ehrlich, hier die BFG einsetzen? Ich weiß nicht. Die BFG... Ich bin da immer so geizig. Weil... Ja, dann sind gerade nur drei Gegner oder so. Oder vier hier im Raum. Dann feuerst du mit der BFG und dann hast du das Ganze, Ganze verschwendet. Also ganz ehrlich, dann nehme ich die lieber für den Endboss. Um mal ordentlich auszuteilen. Ich gucke mal gerade. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwo was, oder? Da bin ich hier echt zu geizig, bei so einem Arena-Kampf die BFG einzusetzen. Deswegen verzeiht mir da, wenn ich das nicht mache. Ich hebe mir die lieber für den Endboss auf. So, ist hier noch irgendwas. Irgendeine versteckte... Sache ist hier nicht mehr. Ja, wir haben eigentlich alles eingesammelt. Ich habe zumindest nichts mehr gesehen. Dann würde ich sagen... Auf geht's. Aber nicht hiermit. Ich gucke mal gerade. Raketenwerfer. Superschruttelnd. 30 Schuss. Das ist okay. Da können wir noch ein bisschen austeilen. Ich hätte jetzt eventuell... Ich möchte eigentlich nicht wieder zurück in die Hölle. Habt ihr das schon mal erwähnt, dass ich das nicht möchte? Ah, hier ist schon wieder was zu lesen. Okay. Ähm, hallo? Cyberdemon. Während des Cyberdemon-Reanimationsprojektes wurde die Bestie am Leben gehalten, indem man sie kontrolliert mit plasmaartiger Argent-Energie versorgte. Damit blieb die Kreatur effektiv hirntot, während es weitere kybernetische Komponenten eingepflanzt wurden. Zudem schuf man eine Nervenbahn zwischen dem Gehirn der Kreatur und dem Argent-Akkumulator, sodass sie je nach Bedarf jeden Teil ihres Körpers mit Argent-Energie versorgen konnte. Im Nachhinein betrachtet war diese Nervenbahn ein Fehler, da die Kreatur ihre Medulla Oblogantha unmittelbar mit ihrem Atemstoß versah und ihre motorische Funktion wiederherzustellen. Sobald einmal aktiviert war, war das Kreislaufsystem kurz darauf wieder funktionsfähig und die Kreatur konnte sich nach wenigen Minuten wieder frei bewegen. Nur durch den tapferen Einsatz von Gefolgsmann Jacobson konnte die Bestie in Schach gehalten werden. Jacobson opferte bereitwillig sein Leben, um den riesigen Cyberdemon in die Verwahrungszelle 6 zu locken. Leider gab es keine Möglichkeit mehr, Jacobson dort herauszuholen, nachdem die Tür verriegelt war. Laut eines Vorfallberichts handelte es sich nicht um eine insektive Reaktion des Cyberdemons. Vielmehr existiert wohl eine höhere Intelligenz, eine Art Führungskreatur, die den Willen aller dämonischen Wesen beherrscht. Nachforschung in diese Richtung laufen noch. Ich sag ja, irgendwo ist hier noch der Obermods, der das Ganze hier kontrolliert. Irgendwo ist hier so ein, ja, ich sag mal Satan selbst, ich hab keine Ahnung. Hier so viel, ich glaub wir kriegen gleich einen Bosskampf. So viel Zeug hier. Okay, was können wir dem denn entgegensetzen? Ja, Raketenwaffe ist immer gut. Weil wir haben grad schon wieder einen Bericht über den Cyberdemon und hier gerade so viel Munition bekommen. Ah. Natürlich. Scheiße. Okay, hab ich jetzt wenigstens noch die richtige Waffe? Hallöchen. Oh, wie schön. So, jetzt können wir mal zeigen, was wir drauf haben. Bin überlegen, ob ich grad erstmal die BFG nehmen soll. Oh, warte mal auf T, ne? Oh, da hab ich ja schön vorbeigeschossen. So. Oh, die hat gut reingehauen. Geil! Okay, dann nehm ich direkt nochmal ne Ladung voll. Oh, der hält ja nix aus. Das geht ein bisschen zu einfach. Ganz ehrlich, das geht ein bisschen zu einfach. Der Kampf erinnert mich gerade auch irgendwie bei Duke Nukem. Forever. Oh, das Ding willst du doch nicht auf mich abfeuern, oder? Das ist aber mies. Okay, dem können wir relativ einfach ausweichen. Weil die Glückung Forever gegen diesen Zyklopen am Anfang, der hat auch so ne Attacke drauf gehabt. Okay, wir dürfen nur nicht zu nahe kommen. Oh, das ist ne fiese Attacke. Okay, den können wir aber auch ausweichen. Alles klar. Okay, was kommt da jetzt? Alter, okay, Vorsicht. Oh, von dem dürfen wir uns nicht treffen lassen. Aber der ist gleich down. So. Das war's. Was? Hallo? Ich würde das gerne angreifen. Hallo? Wieso kann ich hier nicht... Ich muss doch... Hallo? Ich muss doch hier jetzt eh drücken. Wieso geht das nicht? Hä, was war denn das gerade für ne Aktion? Warum konnte ich da nicht eh drücken? Das hat doch geblinkt. Oh oh. Scheiße. Okay, jetzt aber. So, was ist jetzt hier? Ich kann... Ich kann das nicht angreifen. Hä? Warum nicht? Ist das ein Bug oder was? Wieso kann ich da nicht... Ich muss doch da irgendwas machen. Toll, ich bin gleich tot. Toll. Okay, nochmal BFG. So. Okay, offensichtlich hab ich ihn jetzt. Oder auch nicht. Was war denn das? Wieso konnte ich den da nicht verletzen? Das hat doch geblinkt. Ich dachte, ich müsste da... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich verkehrt gemacht hab. Ich blöd, Mann. Oh, in meinem Alpha. Oh. Ich hätte F drücken müssen, nur nicht E. Egal, den kriegen wir. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dürfte mir auch gerne Hate für geben. Das war jetzt echt mega dumm. Oh. Das war jetzt mega dumm gerade. So, Vorsicht. So. Da können wir den schön mit eindecken. So, hier ist nochmal was zum Aufladen. So, nochmal. Zack. Das zieht ihm auf jeden Fall schon mal sehr viel ab. Das finde ich gut. So. Mal schön aufpassen. Aber bei der hier, mal schön wegspringen. Dann passiert da auch nichts. Das ist einigermaßen dumm. Naja, einigermaßen. So. Jetzt wieder aufpassen. Wo schlagen sie ein? Genau hier. Glück gehabt. Oh, nach... Ah, scheiße. Hat genau in die Richtung gezielt, wo ich gesprungen bin. Na, das kann ich auch. Ich darf vielleicht noch ein bisschen besser wie du. So, jetzt müssen wir mal F drücken. Ah, Mann. Da habe ich das nicht direkt gemacht. Entschuldigung. Tja, ich glaube nicht. Vielen Dank. Das nehme ich. Oh, nicht schon wieder in die Hölle. Oh, oh. Oh, oh. Da will wohl jemand noch nicht aufgeben, beziehungsweise... Was? Was? Alter. Wie fies war das denn gerade? So, wir müssen uns erstmal da hinten... Uuuuuh. Eieieieiei. Eieieiei. Jetzt wollen wir es aber wissen hier, hä? Alter. Das war jetzt mies. Okay, da dürfen wir nicht reingeraten. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe, da nicht rein zu geraten, aber ich habe es irgendwie geschafft. So. Boah, ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Ich habe hier keine Möglichkeit... Zu regenerieren gerade. Ja. Und bin zu spät gesprungen. Scheiße. Ohohoho, von wegen. Boah, das ist ja mies. Okay, wir müssen abwechselnd springen und da wieder nicht springen. Also irgendwie... Ja. Hier müssen wir jetzt echt aufpassen. So. Ah, okay. Da müssen wir in Deckung gehen anscheinend. Also mit C. Macht der da? Überlegt der da oder was? Ah ja, okay. Alles klar. Hup. Boah. Okay. 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 Schneller springen. So. Nimm mal hier ein bisschen was. Oh Gott, 25. Das schaffe ich nie. Ich muss schneller springen. Ich muss schneller springen. Der ist zu schaffen, aber ich muss schneller springen. Er macht die Attacke direkt doppelt hintereinander. Ich habe nämlich gedacht, er macht direkt danach eine nächste Attacke. Aber wir können direkt wieder Leertaste drücken im Prinzip. Das macht nichts. So. Ach, scheiße. So. Zack. Mist. Das war schon wieder dumm. Das war schon wieder mega dumm. Ich nehme hier einfach zu viel Schaden. Oh oh. Das gibt es doch nicht. Ich muss diesen Säbel schwingen da oder was er da macht ausweichen. Verdammte Axt. Ich kann bestimmt noch einen Doppelsprung machen, aber ich bin zu nervös. Ich muss konzentrierter sein. Moment. Also. Erstmal nach oben und dann nach unten. Nach oben. Ah, okay. Ich bin jetzt noch einmal getroffen. Aber wir brauchen nicht mit Zehendeckung. Das war nämlich gerade meine Frage. Einfach nur genau so. Jetzt hat es geklappt. Und wenn wir jetzt geschickt ausweichen, sollte es eigentlich gehen. So. So. Vorsicht. Huh. Jawohl. Okay. Das hat einigermaßen geklappt. T für die Große. Was? Keine Munition. Habe ich jetzt nicht aufgesammelt? Oh. Scheiße. Habe ich nicht aufgesammelt. So. Jetzt hat er getroffen. Sehr gut. Da habe ich keine Muni mehr für. Oh. Okay. Die habe ich ja auch noch. Hm. Die ist dafür jetzt schlecht geeignet. Ah, ich kann ja auch so schießen. Geht ja auch. Okay. So. So. Jetzt darf ich nur keinen Fehler mehr machen. So. Ich teile mal hier gerade ein bisschen mit aus. Klappt eigentlich ganz gut. Wir ziehen ihm einigermaßen ab. So. Jetzt kann er hier von mir aus anfangen zu schießen. In die Ecke. Ach, die Strix hat er auch noch drauf. Oh, ne. Oh, was? Boah. Hör auf, hör auf. Scheiße. Oh Gott. Hiermit kann ich ja auch keinen Blumentopf gewinnen. Wo kam denn jetzt die Munition her? Keine Ahnung. Nicht fragen. Einfach ballern. Alter. Jetzt wird's knapp. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, was? Nein, ich bin reingesprungen. Scheiße. Aber er ist auch down. Was? Der ist genau im selben Moment down gegangen wie ich. Ich fass es nicht. Habt ihr das gesehen? Der ist im Hintergrund down gegangen. Boah. Das hat er nicht gezählt, der Sack. Das hat er nicht gezählt. Ich glaub, das hat noch keiner geschafft, oder? Gleichzeitig mit dem Dämon zu sterben. Was? Zum Geier. Das ist doch jetzt wohl nicht wahr. Das darf er wohl nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch verarschen. Ey, Entschuldigung. Aber was? Was ist denn das für eine miese Aktion gewesen? Ich hab schon wieder das Ding nicht aufgesammelt. Was war denn das jetzt für eine miese Aktion? Ja, die bringt leider nicht viel. Ich probier's jetzt nochmal hier mit. Taumelt er einigermaßen. Ich muss immer bei dem hier aufpassen. So. Ja. Und so. Okay. So langsam hab ich sein Bewegungsmuster drin. Ah, bei dem ist das natürlich scheiße. Da muss ich echt aufpassen, wo er hin zielt. Trifft er uns so? Ne, ne? Dürft er eigentlich nicht. So, Vorsicht. Ah, ich kann hier auch raus. Okay, sehr gut. Dann kann er seine Scheibenscheiße da in eine andere Richtung machen. Das find ich gut, dass man da auch raus kann. So, das war's hier gleich mit der Muni. Alter, dann geht er auf so eine Waffe. So, die bringt auch noch ein bisschen was. Weiß nicht, treff ich ihn so? Ne, ne? Aber so treff ich ihn. So, wir haben noch einigermaßen. Alter. Hier gibt's eine Stelle, da kann man durch. Scheiße. Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Boah, das ist echt so mies. Das ist echt so mies. Ich hatte ihn eben down und dann kommt so ein blöder Fehler. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay. So, ich darf mich nur am Anfang nicht treffen lassen. Wir holen uns jetzt schon mal am besten die Energie. den kriegen wir, Leute. Den kriegen wir down. Bin ich fest von überzeugt. Hehe. Ja, kannst du dein Ding sonst wohin schießen. Hinten kann man zum Glück durch. Ich glaub, das soll zwar nicht so sein, aber ist ja egal. Ah, verdammt. Okay, warte mal. Wenn dir mal hier gerade ein bisschen Muni mit... Haha, falsche Richtung. So, hiermit kann ich doch bestimmt auch noch ein bisschen... ...gewinnen. Verdammt. Andere Richtung. Jawohl, vorbeigeschossen. Sehr gut. So, jetzt nur keinen Fehler mehr machen. So, jetzt macht er die Mauer wieder. Ausweichen. So, hier raus. Uh, uh. Nicht gut. Aus. Oh, gerade noch. Ausgewinnen. Halbwegs zumindest. Sehr gut. Da hat er wieder ein bisschen gedroppt. Die Sachen muss man ausnutzen, wenn er droppt. Fuck it. Okay, gleich haben wir ihn. Ich muss einfach nur keine Mega-Attacke mehr machen. Okay, hier können wir sicher einen raus. Das ist okay. Aufpassen. Sehr gut. Ach, die Scheiße wieder. Okay, Vorsicht. Komm, 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 komm. Nein, keine Muni mehr, oder? Doch. So, 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 so. Und jetzt Schluss hier. So, den haben wir. Puh. Ja. Ja.